So, wir gehen jetzt in die letzte Welt, eben schnell, nach oben, ja. Äh, Abit ist auch hier. Oh, der Styler ist so wohl da, ne? Ja, die Welt sieht aber nicht kurz aus. Ne. Ja, die werden auch, die wurden auch komisch heute immer länger. Ist auch die letzte Welt, aber... Oh, cool. Das ist Marvel voll cool, ey. Boah, ist ja alles schockt. Nein, ey! Ey, die Welt überwicht dich. Cool. Das ist ein Trampolin. Ein Trampolin, Mann. Boah, scheiße, ey. Eichhörnchen, ich hab eins. Nice. Was? Was? Was willst du da für ein Ding? Wir sind Eichhörnchen, oder? Ach, wir waren euch hier, oder? Ne, äh, schaut so. Livestream. Ach so. Am Ende darf doch einer von euch beiden mit dem Prozess zu kuscheln, oder nicht? Ja, wer wohl ich? Nein, ey! Ich hab's gerade aber nicht. Jo! Gerüge dich! Gerüge dich! Gerüge dich, das wurde bestraft! Der Filz ist der Gewinnerse. Wie soll ich denn an das untere kommen? Ich hab's doch geholt. Eins noch! Ach, geil. Habt ihr das bekommen? Ich bekomm ne Nuss. Ja, ich hätt ihn, oder was? Ja. Du bist so aus wie ein Volltrottel, ne? Du, äh, Filzkoppler. Er ist gestorben. Das sieht so geil. Muss mich konzentrieren, Abi. Okay, soll ich rausgehen? Weiß ich nicht. Chill. Du musst nur kurz leise sein. Diese Blumen, ey. Ja, fuck, ey. Was machst du diesem Mistgebot hier? Du bist der Bruder, Junge. Ja, kannst du ja ohne... Pelz werde ich noch haben. Ja, bleib ab, Junge. Ja. Na ja, goes on. So. Erster Level haben wir geschafft. Nach rechts, Brody. Willst du noch mal eine Reine weiter kurz kommen? Nein. Das ist das Neue. Ist das Neue? Nee. Rechts oder links? Rechts. Mann, ich hast grad das ganze Spiel zu dir durchgezockt. Hä? Nein, Mann, ihr müsst links gehen. Rechts. Man geht immer nach rechts, aber eigentlich muss man links blocken. Was ist so? Ja. Mit wem denn? Hm? Mit wem denn? Ein Kollege. Jo. Deine Mama auch so. Du telefonierst mit seiner Ma? Hm? Nein. Ich hätte ein Problem damit, wenn... 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 So. Ich lass uns mal sagen. Junge! Yuhh! Oh! Mein Gott, ich hab's noch geschafft, ey. Dann... Jo. Hä? Hä? Oh, scheiße, ey. Ich muss einfach jetzt hier drauf, so, jetzt. Und dann? So fett, man siehst du das nicht? Hier, unten muss rein. Geh mal hier rein. Nein, ihr müsst oben, ihr müsst nach, äh, dieses Ding, was nach links fährt und dann oben links ist dann nach rechts. Moment. Ich bin hier rein. Ich bringe mal nach oben, äh, springe auf das Ding, dass du nach links fährst. Und dann fährst du gleich nach rechts. Das ist in der grüne Fels. Jetzt springst du auf den da hoch und dann, weil da sind zwei extra Leben geweben. Okay, eins. Ticken, ey. Geweckt hat haben, ich will das. Ja, nein, jetzt wirst du nicht. Springen. Genau, jetzt. Da ist aber was. Nee. Bad Prediction sage ich dazu. Junge, du hast das doch gemacht. Take point. Hey, da hast du's. Schönen Siehst du eigentlich auch online dran? Ja. Oh. Ja, die alle sind so viel scheiße. Oh, nein! Ja, deswegen solltest du vielleicht. Wieso laufe ich denn nur scheiße, der sagt auch nur Kacke, Mann. Du stehst aber zu weit weg vom Mikro, deswegen hört man dich ja nicht. Hi. Warte doch einfach, bis die Kanone geschossen hat. Next time, hab nicht die Geduld. Der ist so cool. Okay. So gut aus, der Wiesenthaler. Oh, cool. Ich hab die Pengel-Spawn. Ich hab's überlebt, ich hab's überlebt. Ich hab die Läbel geschafft. Hoff ich mal. Wie komm ich denn an die? Nein, die überstirbt doch nicht, Alter. Ja. Der sah so gut aus, der Jum. Jo, nenn mir die Läbel. Mario. Was hast du bekommen? Das ist der originale Fels, ne? Ich weiß. Aber er gibt uns nichts. Die kann man nicht spielen, oder? Wenn ich den Stuhl suche, könntest du eigentlich mitspielen. Next. Das ist aber auch nicht die Endlevel, ne? Was auch die Letzte Level? Die Letzte Welt. Ey, ihr müsst auf jeden Fall gleich nach links laufen. Das sieht nach vielen extra Leben aus. Das Grüne da meint er. Achso, die haben wir voll viele übersprungen, weil wir die nicht... Wir brauchen die nicht. Wir haben die nicht nötig. Ey, Adel, hauen wir das Superlinten, das wir damals hatten, ne? Hat er die? Ja. Genau das Teil, das wir damals hatten. Genau das gleiche. Ich glaube, ich... Wie, das ist ein Besteller? Ach, was ist das? Das ist eine Scheiße, Mann. Werden das Leben nehmen sollen. Das Vergrößerungsding. Ey, fick dich doch. Wir haben das Ding noch bekommen, das Gewirrspiel, weißt du das? Gar keiner. Nee, keiner. Noch nicht. Du hast dich bis heute... Noch du bis heute? Ja, trotzdem haben die es ja noch nicht. Du bist so ein Opfer, ne? Mach's dir an, ich will doch das große Ding haben. Oh, hab ich nicht aufgepasst. Oh, ja. Wie komm ich denn jetzt hier weg? Ja, weil ich doch auspringe. Ja. Geh mal links lang, ob du gleich reinkommst. Was machst du da? Nee. Geh doch da einfach... Ach so. Moment, probier mal was. Oh. Willst du nicht verspringen? Ja, geht nicht. Ist zu eng. Ja, ich muss nochmal runter. Komm. Uiuiui, ey. Ich bin gestorben. Hat Spaß gemacht, ne? Oh. Ich hab auch gebabbelt. Irgendwie irreflexartig. Ich seh's von dem Dampf oben, Leißenberg. Von der Burg. Oh, stimmt. Kann nicht mehr lange dauern. Jetzt tun wir uns aber das Ding. Auf! Ich fick dich einfach, Alter. Hä, hiermit müsste das Level doch leichter gehen, oder nicht? Ich versuch's mal. Ja. Man, ich... Ich kann fliegen und ich kann mich an Wänden festhalten. Das ist ja wohl... Mega geil. Ja. Oh. Ja, hat sich erledigt. Das ist mega geil, ne? Ich bin tot. Ich hab nur ein Leben, danach bin ich tot. Aber ist ja kein Boss Level. Doch. Ist das ein Boss Level? Ja. Ist ein Schloss. Ja, warte doch. Ach so. Ich bist tot. Lass mir das, du bist groß. Ja, ich mach's denn kaputt. Ich bin tot. Was ist das denn jetzt? Dein Handy? Bille Okay, den Babbling